Und jetzt eine weitere Ausgabe von Islam Verstehen, die interaktive Sendung für Ihre Fragen zum Islam, live aus unserem Studio in Frankfurt am Main. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Frieden und Segen Allahs sei mit Ihnen allen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer weiteren Ausgabe von Islam Verstehen, der interaktiven Sendung über den Islam. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie Sie wissen, setzen wir unsere Sendereihe fort, in der wir das Leben verschiedener Propheten behandeln. Darunter unter anderem der Prophet Adam, der Prophet Moses, der Prophet Abraham, Frieden und Segen Allahs sei mit Ihnen allen. Dieser können Sie in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal Islam Verstehen anschauen. Heute geht es um den Propheten Jesus, Friede sei mit ihm. Wer war Jesus? Welche Rolle spielt Jesus, Friede sei mit ihm, im Islam? Und was hat es mit seiner Geburt auf sich? Nach einem kurzen Beitrag sehen wir uns jetzt gleich wieder im Studio und werden diese und viele weitere Fragen angehen. Propheten sind jene Menschen, die Empfänger der Offenbarungen Gottes sind und einen hohen spirituellen Rang innehaben. Sie teilen den Menschen den Willen Gottes mit und dienen als Vorbilder sowie Wegweiser. Sie bringen uns näher zu Gott. Das Prophetentum ist ein Geschenk Gottes, für dessen Aufgabe Gott selbst die jeweilige Person bestimmt hat. Der Heilige Koran erwähnt namentlich nur 26 Propheten, darunter Adam, Friede sei auf ihm, Abraham, Friede sei auf ihm und auch Jesus, Friede sei auf ihm. Jedoch sind nach Aussagen des Stifters des Islam, dem heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah seien auf ihm, insgesamt 124.000 Propheten erschienen. Der Heilige Koran sagt diesbezüglich, Der Islam geht von einem göttlichen Ursprung aller Religionen aus und lehrt, dass seine Gründer, die Propheten, göttliche Gesandte waren. Wir von Islam Verstehen präsentieren Ihnen exklusiv in diesem Monat die Propheten der Menschheit. Ja, die Propheten der Menschheit, unsere Sendereihe im Monat Dezember. Ich habe die Ehre, unsere Gäste heute willkommen heißen zu dürfen. Hier im Studio Herr Jariullah Khan Sahib, Imam und Theologe der Ahmadiyya Muslim Jamaat und zur Zeit tätig im Generalsekretariat. Assalamu alaikum, herzlich willkommen. Wa alaikum islam, vielen Dank. Live dazugeschaltet haben wir Herrn Farhad Raffar, ebenfalls Imam und Theologe aus Wiesbaden, der Mubarak-Moschee. Auch Sie begrüße ich herzlich. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum islam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liebe Zuschauer, wie bei jeder Sendung haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen in den YouTube-Live-Chat zu stellen. Wir werden diese direkt an unsere Experten weiterleiten. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, uns auf Social Media zu besuchen. Da finden Sie uns unter dem Namen Islam Verstehen. Bei Fragen, Anregungen oder Feedback können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an fragen-at-islam-verstehen.tv. Ja, Herr Khan, beginnen wir doch gleich mit den Anfängen, mit der Geburt des Propheten Jesus Friede sei mit ihm. Manche sprechen von einer übernatürlichen Geburt. Manche sagen, das ist alles nur ein Märchen. Was hat es mit dieser Jungferengeburt auf sich? Also eins kann ich schon mal sagen, es war kein Märchen. Also es war schon eine Sache, an dem wir Muslime auch glauben, auch die Christen glauben daran. Auch die Juden haben auf einen Messias gewartet. Den haben sie unglücklicherweise abgelehnt zu dem Zeitpunkt. Also es war schon ein Phänomen, das sehr weit eine Akzeptanz hatte. Auch zu dem Zeitpunkt und auch heute und auch aus geschichtlicher Perspektive. Viele Völker haben davon berichtet und auch andere Bücher berichten davon, nicht nur die Bibel, sondern auch der Heilige Koran. Es wird aber auch berichtet, vor allem aus der biblischen Überlieferung, aus dem Christentum, dass Jesus a.s.a. eine übernatürliche Geburt hatte. Und dass er der Sohn Gottes gewesen ist. Und dass Gott ihn sozusagen geboren hat, also in Maria hineingehaucht hat und sie den Sohn Gottes sozusagen geboren hat. Das ist eine Sache, die der Islam so nicht ansieht. Es ist zwar wirklich ein Wunder gewesen damals, wie Jesus a.s.a. zur Welt gekommen ist. Aber es war trotzdem nichts, was über dem Gesetz der Natur steht. Es war nichts Unnatürliches. Es war nichts, das über das Gesetz von Allah steht. Also das Naturgesetz untersteht Allah. Und es war ein Phänomen gewesen, das dem Naturgesetz entsprach. Zu dem Zeitpunkt war es natürlich ein Wunder gewesen. Es gibt gewisse Phänomene, die Allah zeigt, Gott diese durchführen lässt von seinen Gesandten. Weil in dem Moment es gerade wichtig ist, so ein Wunder zu zeigen, um auch zu differenzieren, wer gläubig ist und wer ungläubig ist. Oder auch um eine Prüfung für die Menschen der Zeit zu haben. Weil der Glaube ist ja etwas, was kein Wissen ist. Glaube ist ja etwas, was an Ungesehene man glaubt. Und das war auch so eine Herausforderung. Und die Mutter von Jesus a.s.a. Maria a.s.a. hat es ja nicht einfach gehabt in dem Moment. Also sie wurde auch beschuldigt in dem Moment. Sie hat ja einen Sohn geboren, ohne dass ein Mann sie berührt hat. Aber damals haben viele Leute es so empfunden, als wäre sie eine unfromme Frau. Eine Frau, die nicht fromm wäre, die jetzt etwas Unsittliches getan hätte und jetzt sich von der Gesellschaft auch isolieren musste. Also es war ja nicht einfach für sie gewesen in dem Moment. Aber wie gesagt, es waren gewisse Sachen, die eine Rolle gespielt haben. Allah hat das gemacht, weil einmal eine Herausforderung, eine Prüfung auch für die Personen selbst, aber auch für die Gesellschaft. Ein Wunder ist geschehen, um einfach auch zu differenzieren, wer gläubig ist und wer ungläubig ist. Allah hat im Heiligen Koran darüber ganz interessant gesagt, dass Also das Beispiel von Jesus a.s.a. bei Gott ist so wie das Beispiel von Adam a.s.a. Und was ist das? Er schuf ihn aus Staub und sagte, sei und so wurde er. Also er vergleicht gerade, Allah vergleicht hier gerade Jesus, die Geburt von Jesus a.s.a. mit der Geburt von Adam a.s.a. Und genauso wie Adam a.s.a. auch, also der erste Adam sozusagen, der erste Mensch auf dieser Erde, ohne leiblichen Vater geboren ist, genauso ist auch er ohne leiblichen Vater geboren. Also das ist ja wichtig zu wissen, dass es ein Wunder war zu dem Zeitpunkt und Wunder sind aber dennoch nichts Übernatürliches. Ja, Wunder sind ein Phänomen, das in dem Moment als etwas Übernatürliches angesehen wird, aber später es aus wissenschaftlichen Perspektiven auch erklärt werden kann. Beispielsweise, wir kennen von Moses a.s.a. als er dann ins Nil gegangen ist und verfolgt wurde und das Meer spaltete sich in zwei. Und er ist durchgelaufen und als die Verfolger kamen, hat sich das wieder geschlossen. Das war ein Wunder damals gewesen und wurde auch als ein Wunder angesehen, aber heute gibt es eine Erklärung dafür, dass es mit Ebbe und Flut zu tun hat. Also wenn die Ebbe ist, dass der Spiegel sich zurückzieht und wenn die Flut kommt, dass es wieder zurückkommt. Natürlich war das ein Phänomen damals, dass alles in dem Moment passiert ist, aber heute erklärbar. Genauso wie Magnet zum Beispiel. Der Magnet vor ein paar tausend Jahren war Magnet auch etwas Übernatürliches gewesen. Man hat damit gewisse Sachen machen können und die Menschen waren erstaunt gewesen. Und heute weiß man, dass man mit Magneten sehr viele Tricks auch machen kann. Auch Zauberer und so weiter, Magier, die diese Tricks machen, benutzen es auch. Also Wunder sind Dinge, die später erklärbar sind und die Geburt von Jesus Christus Islam ist genauso erklärbar heute. Also es gibt gewisse Phänomene, die wissenschaftliche Begriffe schon beinhalten. Beispielsweise Hermaphrodismus ist ein Begriff, was bezeichnet, dass eine Frau die Organe beider Geschlechter hat. Also sie trägt beide Organe mit sich und sie trägt auch die Chromosomen des Mannes mit sich und die Chromosome der Frau mit sich. Und so findet so eine eigene Befruchtung statt innerhalb des Körpers dieses Menschen. Also das ist nichts Unnatürliches. Man kann es auch gerne nachschauen. Ich kann jetzt nicht ins Detail, ich bin auch kein Arzt, aber auch kein Wissenschaftler. Aber das ist eine Sache, die der Islam erklärt, dass es nichts Unnatürliches ist. Es gibt auch ein Phänomen von Jungfernzeugung. Da ist es auch so, dass die Eizelle wird von selbst befruchtet im Körper der Frau, ohne dass ein Mann sie berührt. In der Geschichte gibt es auch solche Phänomene, die wir kennen. Zum Beispiel Genghis Khan ist eine Person, die eine sehr bekannte Figur ist in der Geschichte der Welt. Man sagt auch über ihn, dass er ohne leiblichen Vater geboren wurde. Oder in China gab es auch einen König, der ohne leiblichen Vater geboren wurde. Also das ist schon mal nichts, was unnatürlich ist. Und wir erklären dann dadurch, dass Jesus, es war ein Phänomen damals, ein Wunder gewesen. Er ist zur Welt gekommen, aber er war nicht der Sohn Gottes, sondern das war eine menschliche Sache, die heute auch erklärt wird. Man kann festhalten, es war ein Wunder, aber im Rahmen der Gesetze der Natur, die Allah erschaffen hat. Und daher kann man nicht davon sprechen, dass es etwas Übernatürliches war. Jedoch wollte Allah natürlich damit ein Zeichen setzen. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Warum? Warum hat Allah mit welcher Weisheit gerade den Propheten Jesus, Friede sei mit ihm, so auf die Welt gebracht? Gab es eine Weisheit oder war das vielleicht auch nur Willkür? Also es gab eine sehr wichtige Weisheit, aber auch sehr kleinere, wichtigere Weisheiten. Also es gibt sehr viele solche Punkte. Wie ich zu Beginn kurz erwähnt habe, Wunder sind auch manchmal dafür da, um Menschen einfach den Glauben zu prüfen. Also wie tief der Mensch in dem Glauben drin ist. Und auch zu reinigen, die Gesellschaft der Gläubigen zu reinigen. Wir kennen es auch in Lebzeiten des heiligen Propheten Mohammed, da gab es viele Ereignisse, die sowas auch bewirkt haben. Aber ein, zwei Ereignisse waren zum Beispiel das Ereignis von Isra, als er über Nacht gewisse Sachen besucht hat, im Traum gewisse Sachen gesehen hat. Oder das Miraj, wo er gewisse, also den Himmel gesehen hat und so weiter. Auch zu dem Moment gab es sehr, sehr viele Menschen, die das bezweifelt haben und gesagt haben, wie ist es möglich, dass er das gesehen hat zur Nacht. Aber zu dem Zeitpunkt war es auch eine Prüfung für die Gläubigen gewesen. Und die Gläubigen hat Allah wirklich da gereinigt. Viele Leute haben den Islam auch, nicht viele, aber einige Leute haben den Islam auch dann, also sind auch ausgetreten aus dem Islam. Aber die Gläubigen, die dann standhaft waren, deren Glauben wurde auch befestigt. Das ist zum Beispiel eine Weisheit dahinter. Aber die eigentliche Weisheit dahinter steht auch drunter, was mit der Kette der Religion zu tun hat. Also Jesus al-Islam war von der Abstammung Isaac al-Islam. Also Isaac al-Islam war der Sohn von Abraham al-Islam, aber von einer anderen Frau. In dieser Abstammung gab es sehr viele Propheten und Jesus al-Islam war der letzte Prophet gewesen. Und aus islamischer Perspektive, aus unserer Überzeugung ist es, der Grund, warum Jesus al-Islam ohne leiblichen Vater geboren ist, war, weil Gott hier einen Schluss ziehen wollte. Weil Gott hier einen Schluss gezogen hat, dass jetzt die Nachkommenschaft von Isaac al-Islam hier einen Schluss haben. Und die parallele Nachkommenschaft von Ismail al-Islam, die ging ja auch weiter. Das war ja auch ein Sohn von Abraham al-Islam gewesen, von einer anderen Frau gewesen. Und von Ismail al-Islam stammte dann der heilige Prophet Mohammed al-Islam ab. Und das war sozusagen der wesentliche Grund, den der Islam erklärt, warum Jesus al-Islam ohne leiblichen Vater geboren wurde. Weil da diese Kette von Isaac al-Islam gestoppt werden musste und von Ismail al-Islam fortgeführt wurde. Vielen Dank für den interessanten Einblick. Es gibt natürlich viele weitere Weisheiten. Das sind die größten Weisheiten, die dahinter gelegen haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben weiterhin die Möglichkeit, Ihre Fragen in den YouTube-Live-Chat zu stellen. Ich habe gesehen, es wurden schon sehr viele Fragen zu diesem Thema auf den sozialen Plattformen gestellt. Wir werden uns diesen Fragen zuwenden. Jetzt aber machen wir einen kurzen Sprung zur Kindheit des Propheten Jesus. Friede sei mit ihm. Und da stellt sich die Frage, was weiß man über die Kindheit, über die Jugend des Propheten Jesus? Friede sei mit ihm. Ich würde gerne Herrn Raffar bitten, diese Frage zu beantworten. Also so viel ist jetzt nicht bekannt. Natürlich gibt es im Islam mehr Informationen über die Kindheit und die Jugend des Propheten Mohammed. Friede sei auf ihn. Allerdings möchte ich hier auch einen Vers zitieren aus Kapitel 3, Vers 47, wo Allah der Allmächtige sagt, Das heißt, und er wird zu den Menschen in der Wiege reden und im Mannesalter und der Rechtschaffenen einer sein. Also hier hat Allah der Allmächtige zwei Zeitalter praktisch beschrieben. Also einmal hat Allah hier die Wiege erwähnt. Also er wird zu den Menschen in der Wiege schon sprechen. Und danach sagt Allah Mannesalter und Rechtschaffenen. Also wenn er im Mannesalter ist, dann wird er zu den Rechtschaffenen gehören. Wenn wir jetzt zurück zu den arabischen Wörtern gehen, also so wie ich den Vers am Anfang zitiert habe, da wurde ja zum Beispiel das Wort Mahdi erwähnt, was auch als Wiege übersetzt werden kann. Und danach Gahlan. Gahlan ist nicht unbedingt ein Mannesalter. Unter Mannesalter könnte man vielleicht auch verstehen, dass eine Person sehr, sehr alt ist. Aber Gahlan bedeutet praktisch das mittlere Alter. Es könnte die Jugend sein. Es könnte auch jemand sein, der älter ist. Für Jesus, Allah der Islam, benutzten wir oder wurde es vielleicht als Mannesalter deshalb übersetzt, weil Jesus gemäß unseres Glaubens sehr, sehr alt wurde. Und zwar 120 Jahre alt. Und aus dem Grund wurde dann dieses Wort auch so übersetzt. Und man sagt, dass Jesus, Allah der Islam, ein sehr, sehr gehorsamer Mensch war, also schon in seiner Kindheit, nicht nachdem er den Anspruch darauf erhoben hat, ein Prophet zu sein. Und er war auch sehr, sehr weise. So heißt es ja auch im Heiligen Koran. Und man sagt ja auch, dass er schon in einem sehr, sehr jungen Alter gesprochen hat. Und es gibt verschiedene Vorfälle. Herr Jadul-Lakhan, Imam Jadul-Lakhan, hat das ja auch sehr, sehr ausführlich erklärt. Der Vorfall, als Maria, als die heilige Mutter Maria zurückkam, nach der Geburt von Jesus, da wurde sie auch stark kritisiert. Es wurde ja auch behauptet, dass sie, naja, also Beziehungen hatte. Und aus diesem Grund kam es dann zu der Geburt dieses Kindes. Und der heilige Koran spricht über diesen Vorfall so, und ich zitiere, da deutete sie auf ihn, sie sprachen, wie sollen wir zu einem reden, der ein Kind in der Wiege ist. Also die heilige Mutter Maria zeigte praktisch den Leuten, dass dieses Kind, was ich zur Welt gebracht habe, ein Segen Gottes ist. Und wie könnt ihr dann behaupten, dass ich einen Fehler begangen habe oder eine Sünde begangen habe? Und daraufhin sagten die Leute, wie können wir mit einem Kind sprechen, das noch in der Wiege liegt? Also was möchtest du uns damit sagen? Weiter heißt es in den gleichen Versen. Er sprach, also Jesus, ich bin ein Diener Allahs. Er hat mir das Buch gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Er machte mich gesegnet, wo ich auch sein mag. Und er befahl mir Gebet und Almosen, solange ich lebe. Also so hat dann Jesus a.s. mit den Menschen daraufhin gesprochen. Die meisten wurden still. Aber es gab einige, die dachten, vielleicht hat die heilige Mutter Maria es ihrem Sohn, also Jesus a.s. so beigebracht, genau diese Dinge nachzusprechen. Aber das ist ja logisch. Wir kennen es ja, Menschen, die nicht glauben möchten, werden auch nicht glauben. Sie sind taub, blind und stumm. Und genauso war das auch teilweise mit sehr, sehr vielen Leuten zu der Zeit. Also wie gesagt, so viel ist jetzt nicht bekannt über die Kindheit oder die Jugend von Jesus a.s. Aber man sagt nur, dass er sehr, sehr gehorsam war. Und er war schon seit seiner Kindheit ein sehr gehorsamer Mensch und auch ein sehr, sehr weiser Mensch, der Menschen auch sofort geantwortet hat. Also wenn Menschen Fragen gestellt haben oder mit Argumenten kamen, hat er schon in einem sehr, sehr jungen Alter darauf geantwortet. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Wir können festhalten, dass das Konzept, den auch manche Muslime folgen, dass Jesus Friede sei mit ihm, im Säuglingsalter bereits schon gesprochen hat, dementsprechend nicht korrekt ist, dass man da auch auf die Wörter beziehungsweise die Wortwahl, welche der Koran benutzt hat, in der arabischen Sprache Acht geben muss. Ja, wie gesagt, haben wir schon viele Fragen diesmal in den Chat bekommen und Sie haben auch die Möglichkeit, weiterhin Ihre Fragen in den Chat zu schreiben. Eine Frage würde ich gerne an Herrn Kahn weiterleiten. Diese lautet, wir haben morgen Heiligabend und da wird ja die Geburt Jesus Friede sei mit ihm gefeiert. Ist dieses Datum, der 24. Dezember, überhaupt die Geburt des Propheten Jesus? Also aus unserer Perspektive, islamischer Perspektive und die Sichtweise der Ahmadiyya Muslim Jamaat und auch sehr viele Wissenschaftler, Historiker, wird dieses Datum nicht als Datum der Geburt von Jesu al-Islam angesehen. Grund dafür ist, dass das Leben von Jesu al-Islam auch in der Bibel erwähnt wird und auch in dem Heiligen Koran wird auch darüber berichtet, was zu dem Ereignis damals geführt hat, also wie er zur Welt gekommen ist, was da stattgefunden hat. Und wenn wir uns diese Ereignisse anschauen, sehen wir, dass es zu keinem Monat stattgefunden hat oder nicht zur Winterzeit stattgefunden hat, sondern es war eine Zeit gewesen, wo es warm war. Also konkret heißt es in der Bibel und auch im Heiligen Koran, dass die Mutter Maria, also die Mutter von Jesu al-Islam, als sie ihn geboren hat, sie hat Schutz unter einen Palmenbaum genommen. Und natürlich, das war eine Jungfernengeburt gewesen, war sehr, sehr schmerzhaft für sie gewesen. Und Engel haben zu ihr gesprochen und gesagt, dass sie den Baum rütteln sollen und da werden Datteln unterfallen und sie soll sich von diesen Datteln stärken. Oder die zweite Sache ist, dass da so ein Fluss vorbeigeflossen ist und sie sollte dort dieses Wasser benutzen. Und wenn es Wintertage wären, wäre Nummer eins schon mal, würden keine Datteln aus den Palmen fallen und auch das Wasser wäre ja eiskalt, dass man das gar nicht benutzen könnte. Also es gibt viele auch andere solche Punkte, die für uns unstimmig klingen. Deswegen glauben wir, haben wir die Muslime nicht daran, dass Jesu al-Islam zu diesem Zeitpunkt, Heiligabend, jetzt 24. oder auch danach, jetzt diese zwei Feiertage da geboren ist, sondern wir glauben, dass er zu einem Zeitpunkt geboren ist, wo es eine warme Temperatur war, wo als die Datteln reif waren, das ist in der Regel so die Zeit von, gibt es unterschiedliche auch... Also es weisen verschiedene Indizien darauf hin, was für eine Jahreszeit damals feucht, und es war definitiv nicht Winter, aufgrund dieser verschiedenen Überlieferungen, die man auch in der Bibel wiederfindet. Ja, machen wir einen weiteren Sprung zu einem der bekanntesten Ereignisse, den der Prophet Jesus Friede sei mit ihm erlebt hat, nämlich die Kreuzigung. Man spricht davon, dass die Kreuzigung von allen großen Religionen unterschiedlich ausgelegt wird. Im Judentum sieht man eher darin, dass man Jesus gekreuzigt hat. Im Christentum ist er nach der Kreuzigung wieder auferstanden. Im Islam wiederum gibt es eine große Mehrheit der Sunniten, die daran glauben, dass er gar nicht gekreuzigt wurde, sondern stattdessen eine andere Person gekreuzigt wurde und er empor erhoben worden ist. Was ist die Ansicht der Ahmadiyya Muslim Jamaat? Was fand während dieser Kreuzigung statt? Also unser Glaube, den wir auch aus biblischen Versen belegen, auch aus dem Heiligen Koran und auch aus geschichtlichen Ereignissen, aus Büchern von anderen Völkern, dass Jesus im Islam zwar am Kreuz hing für eine Zeit lang, aber Jesus im Islam ist nicht am Kreuz gestorben, sondern er wurde nur ohnmächtig und man hat ihn dann vom Kreuz herabgenommen und man hat ihn in diesen Grabraum gelegt und er ist dann wieder geheilt worden und hat dann ein Leben weitergeführt. Und dafür gibt es sehr, sehr, sehr viele Argumente, sehr viele Beweise, die wir auch aus der Bibel nehmen, beispielsweise der Tag der Kreuzigung war ein Freitag gewesen. Und es war ein Freitag und am Samstag ist der Sabbat, wo die Juden niemanden hängen lassen dürfen, die müssen davon schon abnehmen und er hing nur für ein paar Stunden. Die zweite Sache, da gab es einen Sturm und es wurde alles dunkel und die Juden hatten auch Angst bekommen, dass es schon dunkel wird, man muss abnehmen. Man hat den einen abgenommen, den Dieb, der in der Bibel beschrieben wird, und man hat seine Knochen gebrochen, aber von Jesus im Islam hat man die Knochen nicht gebrochen. Und es waren eigene Leute, die ihn herabgenommen haben, man hat ihn nicht übergeben an die Personen. Auch als er im Kreuz hing, man hat ihm so einen Schwamm mit Essig gefüllt und gegeben und er wurde ohnmächtig, dass sein Haupt sich gebeugt hat und Leute dachten, er wäre jetzt vielleicht schon tot. Man hat dann versucht zu gucken, ob er gestorben ist. Man hat mit dem Speer die Seite von seiner Brust aufgeschlitzt und da ist Blut wie Wasser herausgespritzt. Und das sind alles Indizien dafür, dass er nicht gestorben ist am Kreuz. Und das alles eine Sache gewesen ist. Man hat versucht, ihn da zu retten. Man hat ihn herabgenommen, man hat die Knochen nicht gebrochen, man hat ihm eine Mürre aufgetragen. Und diese Mürre ist dafür da, wenn wir uns die Eigenschaften anschauen, diese Mürre ist dafür da, dass sie Verletzungen heilt. Und in diesem Tuch, in dem er eingewickelt wurde, das auch als berühmter Grabtuch von Turin beschrieben wird, da gibt es auch Indizien dafür, dass als er in diesem Tuch vergewickelt war, das Blut noch geflossen ist aus seinem Körper. Also es kann nur passieren, wenn er noch gelebt hat. Und das sind alles, also noch sehr viele andere Indizien, die zeigen, dass Jesu al-Islam zwar am Kreuz hing, aber nur für ein paar Stunden und es sehr schmerzhaft für ihn gewesen war, aber er herabgenommen wurde, lebendig und dann auch von seinen Jüngern sozusagen gepflegt wurde. Er war drei Tage lang in dieser Höhle, in dieser Grabhöhle gewesen und das hat er schon offenbart gehabt. Er hat gesagt, mein Beispiel ist so wie das Beispiel von Jonas al-Islam. Und Jonas al-Islam, wir wissen, er war auch drei Tage in dem Bauch von dem Wal gewesen und ist lebendig rein und lebendig wieder rausgekommen. Und das war ein großes Zeichen Gottes gewesen. Genauso hat er Jesu al-Islam gesagt, ich werde genau dasselbe durchmachen. Ich werde drei Tage und drei Nächte in die Erde gehen und dann wieder rauskommen. Und das ist passiert. Er ist lebendig in diese Höhle, in diese Grabhöhle reingegangen. Er wurde geheilt. Man hat immer wieder Jünger gesichtet dort. In der Bibel heißt er, er ist dann rausgekommen und hat sich dann offenbart von den Leuten und hat gezeigt, hier guckt meine Verletzungen, er hat mit denen gespeist. Wir sagen, das ist alles realistisch, indem wir sagen, er ist gar nicht gestorben. Er war lebendig gewesen. Das war nicht sein Geist gewesen, der mit den Leuten war, sondern er war wirklich da gewesen. Das sind alles Indizien und auch viele andere Beweise, die wir aus der Bibel nehmen, aus der Geschichte nehmen, die zeigen, dass Jesu al-Islam nicht am Kreuz gestorben ist, weil viele sagen, es war seine Mission gewesen, am Kreuz zu sterben, die Christen zum Beispiel. Aber es gibt Indizien schon vor der Kreuzigung, die zeigen, dass es gar nicht seine Mission war. Er war eine Nacht davor in diesem Garten von Gezemane gewesen und hat da gebetet in Brünstig, dass Mögala den Kelch dieses Leides von ihm nehmen. Und er war aufgeregt, er war nervös gewesen. Wenn es wirklich seine Mission gewesen wäre, am Kreuz zu sterben, müsste er eigentlich glücklich sein und Freude empfinden, dass er jetzt morgen sozusagen diese Mission erfüllen wird. Auch am Kreuz hat er die Aussage getätigt gehabt, kurz bevor er ohnmächtig wurde. Oh, mein Herr, hast du mich verlassen? Genau. Und obwohl, wenn es ja seine Mission wäre, hätte er ja niemals diese Worte von sich gegeben. Ja, auch heute gibt es ja viele wissenschaftliche Studien, die belegen, dass er nicht am Kreuz verstorben ist. Und hierzu hat auch der Begründer der Ahmadiyya Muslim Jamaat, der verheißene Messias, seine Heiligkeit mit Zawolam Ahmad, Friede sei mit ihm ein Buch verfasst mit dem Titel Jesus in Indien. Dieses können Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf unserer Webseite unter www.ahmadiyya.de nachschlagen und sich dort auch selbst ein Bild darüber machen, was denn mit dem Propheten Jesus Friede sei mit ihm geschehen ist. Ja, er hat die Kreuzigung überlebt, so die Ansicht der Ahmadiyya Muslim Jamaat, ist dann ausgewandert, hat dann seine Mission, seine wahre Mission, nämlich die verlorenen Stämme Israels zu sammeln, ist er nachgegangen, hat diese erfüllt. Und hier hat uns auch ein Zuschauer die Frage gestellt, es wird behauptet, dass sein Grab in Kaschmir liegt. Welche Indizien weisen denn darauf hin? Diese Frage würde ich gerne an Imam Farhad Rafah stellen. Also ja, gemäß unseres Glaubens befindet sich das Grab von Jesus im heutigen Kaschmir, der indischen Seite. Und die Frage, glaube ich, lautet ja auch, welche Indizien dafür sprechen. Also das Grab, wenn man jetzt die Einheimischen dort fragt oder die Geschichte dieses Ortes verfolgt, dann heißt es ja, dass die Person, die dort begraben liegt, Yusuf Azai heißt. So ungefähr hieß die Person. Und es gibt, das Problem ist, man darf leider nicht mehr rein in diese Grabstätte. Ich glaube, die meisten wissen dann auch, dass es verschiedene Theorien weltweit gibt, oder dass es auch einige Gemeinden gibt, die behaupten, dass Jesus hier begraben ist, was die Einheimischen natürlich verneinen. Allerdings gibt es auch in der, es gibt auch mehrere Dokumentationen, die darüber gedreht wurden. Es gibt mittlerweile auch einige Bücher, sogar von deutschen Professoren, die darüber geschrieben wurden, dass es gut möglich ist, dass Jesus ausgewandert ist. Und der einzige Ort, an den er hätte auswandern sollen, wäre eigentlich genau diese Richtung gewesen. Das heißt also von Jerusalem über Tibet, über die Berge Tibets in Richtung Kaschmir. Denn seine Mission bestand ja daraus, die verlorenen Stämme Israels zu finden. Und genau dort haben die sich ja auch aufgehalten. Es gibt mittlerweile auch geschichtliche Beweise, Befunde, die beweisen, wo sich diese verlorenen Stämme überhaupt befanden. Und die waren genau in dieser Region. Also das heißt, all diese Indizien, die Recherche und so weiter, das Ganze führt uns eigentlich immer wieder in die gleiche Richtung. Und wenn man jetzt dieser Reise nachgeht, dann geht man zwar durch Tibet durch, aber die Reise endet meistens in Kaschmir. Also vor allem für die Person, die die Frage gestellt hat. Man kann darüber hinaus noch ein bisschen recherchieren. Es gibt nicht nur Dokumentationen. Also wenn ich Dokumentationen meine, dann meine ich Dokus unabhängig von der Gemeinde. Es gibt zum Beispiel auch eine Dokumentation von BBC. Und mittlerweile gibt es ja auch einige Bücher von deutschen Professuren diesbezüglich, die auch darauf hindeuten, dass es wohl möglich so gewesen ist, dass Jesus die Kreuzigung überlebt hat und weiter ausgewandert ist, um seine Mission zu erfüllen. Ja, vielen Dank für die Antwort. Wir haben hier auch noch eine weitere Frage bezüglich der Kreuzigung bekommen, beziehungsweise die Frage lautet, hat Jesus wirklich die Sünden anderer auf sich genommen? Könnten Sie darauf noch kurz eingehen? Ja, gerne. Also die Bibel selbst verneint eigentlich das Konzept der Sühne. Also das ist ja das Konzept der Sühne. Das heißt, ein Mensch nimmt die Sünde anderer Menschen auf sich und opfert sich. Dadurch sind alle anderen befreit von Sünden. Also ein ganz einfaches Beispiel auch für die Zuschauer. Das ist genauso, als hätte ich Kopfschmerzen. Und ich würde jetzt zu Herrn Jadjul Lachanshab sagen, könnten Sie bitte eine Schmerztablette nehmen, damit meine Kopfschmerzen verschwinden. Das macht ja absolut gar keinen Sinn, denn ich habe ja diese Kopfschmerzen. Und ich muss diese Tabletten zu mir nehmen, damit meine Kopfschmerzen verschwinden. Also mir fällt gerade noch von der Bibel ein Zitat ein. Ich glaube, das ist die 5. Mose, Kapitel 24, Vers 16, wo Gott ja auch sagt, dass kein Mensch oder kein Vater für die Kinder stirbt und keine Kinder für die Väter sterben. Jeder Mensch stirbt für seine eigenen Sünden. Also so heißt es im Alten Testament. Und an einer anderen Stelle, ich weiß leider nicht mehr die genaue Stelle, aber da heißt es zum Beispiel auch, dass es unmöglich ist, dass die Väter saure Trauben essen und die Zähne der Kinder verfault werden. Also so ähnlich. Das ist jetzt nicht 1 zu 1 zitiert. Und das Ganze deutet auf das Konzept der Sühne hin. Und beide dieser Zitate verleugnen eigentlich das Konzept der Sühne. Das heißt, es ist unmöglich, dass jemand die Sünden eines anderen Menschen aufzustimmt und dafür stirbt. Also das heißt, die Bibel selbst hat dieses Konzept verleugnet. Also wie kann das sein, dass dieses Konzept eigentlich im Christentum immer noch vorhanden ist? Ja, vielen Dank. Also von daher ist dieses Konzept unmöglich so anzunehmen. Ja, wir sehen auch hier im Gegensatz zu diesem Ansicht, die Ansicht des Islam, dass jeder Mensch für seine Taten selbst verantwortlich ist und dafür auch zur Rechenschaft gezogen wird. Und dass ein solches Konzept die Menschen ja dazu verleiten könnte, mehr Sünden zu begehen. Herr Ran, wir haben weitere Fragen in den Chat bekommen. Ich würde eine Frage noch Ihnen weiterleiten, nämlich welchen Zusammenhang hat Jesus Friede sei mit ihm als Messias, mit dem verheißenen Messias Friede sei mit ihm, der Ahmadiyya Muslim Jamaat? Also es gibt sehr viele Ähnlichkeiten. Vor allem zu Beginn erstmal, dass er ein Messias war. Jesus sei mit ihm kam 1400 Jahre nach, Propheten Moses sei mit ihm als Messias sei mit ihm als Messias. Er kam um zu erfüllen, er hat kein neues Gesetz gebracht und genauso ist auch mit dem verheißen Messias sei mit ihm als Messias ist, er war auch ein Prophet Gottes gewesen. Er kam auch 1400 Jahre nach dem heiligen Propheten Mohammed sei mit ihm als Muslim. Er hat auch kein neues Gesetz gebracht. Er ist gekommen, um zu erfüllen, er kam entsprechend der Prophezeiungen des heiligen Propheten und auch den Prophezeiungen von anderen Prophetenbüchern vor ihm. Also er wurde auch von anderen Büchern prophezeit. Es gibt Ähnlichkeiten, es gibt aber auch Dinge, die nicht ähnlich sind. Zum Beispiel das Aussehen von beiden Personen ist nicht ähnlich. Da gibt es auch im Hadith gewisse Aussagen, die zeigen, dass Jesus, al-Islam, lockige rote Haare hatte und war hellhäutig gewesen. Und der kommende Messias, er wird lange, glatte, braune Haare haben und auch etwas nussige Hautfarbe haben. Also das ist sozusagen auch eine Sache, die differenziert, dass es nicht dieselbe Person sein wird. Also im Islam ist es ja so, dass sehr viele Muslime auf den Jesus, al-Islam warten, weil sie glauben, dass Jesus, al-Islam, nochmal zurückkommen wird und dann den Islam sozusagen verbreiten wird und der Islam wird obsiegen. Das ist der Glaube von vielen Muslimen. Aber die Ahmadiyya Muslim Jamaat sagt, dass der Messias, der Jesus, al-Islam, der kommen sollte, ist schon gekommen. Und die Person ist der feisteste Messias, al-Islam, 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 al-Islam. Er ist in den Gewand von Jesus, al-Islam gekommen. Der heilige Prophet, al-Islam, hat sehr oft das Wort Ishaben und Madim benutzt, dass der Messias, der kommen wird, er wird Ishaben und Madim sein. Aber er hat auch oft benutzt, dass der Prophet wird aus eurer Mitte sein. Also eine Person, die jetzt nicht vom Himmel herabkommen wird, sondern eine Person aus eurer Mitte sein wird. Diese Person wird auch der Madi sein und der Messias sein. Und das sind die Gleichnisse. Er hatte die Mission gehabt, die Religion zu erfüllen. Und der feisteste Messias, al-Islam, also Messias, al-Islam, 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 hadiani, hatte auch dieselbe Mission gehabt, dass er die Menschen zurück zur eigentlichen Religion holt, dass er die Spiritualität zurückholt. Das sind alles Dinge und auch viele mehr, die zeigen, was der Gleichnis da ist, aber auch ein Unterschied zwischen beiden Personen, dass sie nicht verwechselt werden sollten, dass wirklich Jesus oder Islam selbst zurückkommen wird, weil wir das ablehnen und sagen, das ist etwas, was nicht natürlich ist. Ja, vielen Dank. Noch eine kurze Frage, die in den Chat gestellt worden ist. Dürfen Muslime zu Weihnachten Nicht-Muslimen gratulieren bzw. Glückwünschen? Also Muslime wissen ja, warum Weihnachten gefeiert werden. Und aus dem Grund natürlich, man sollte nett zu den Nachbarn sein, man sollte nichts ablehnen. Natürlich, wir sind auch hier aufgewachsen und haben diese Kultur auch miterlebt. Wir kennen auch diese Tannenwäume, die geschmückt sind oder diese Spekulatius, die man, oder dieses Gebäck, es schmeckt auch sehr gut, alles. Und wir sind ja ein Teil davon. Aber dennoch gibt es gewisse Dinge, die wir dann halt nicht so akzeptieren. Wir sagen dann in der Regel dann immer, wir wünschen ein frohes neues Jahr, weil es jetzt gerade zusammenhängt auch. Man kann ja sagen, wir wünschen eine schöne Zeit mit der Familie. Ja, natürlich wünscht man es der Person auch aus reinstem Herzen, dass sie jetzt eine schöne Feiertage haben, mit der Familie Zeit verbringen werden. Aber wir beglückwünschen nicht in dem Sinne, dass wir jetzt auch befürworten, dass Weihnachten gefeiert wird, weil Jesus der Islam jetzt zu dem Zeitpunkt geboren wurde. Deswegen beglückwünschen wir nicht in dem Sinne, sondern nur, damit die halt eine schöne Zeit zusammen verbringen können. Ja, vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir neigen uns jetzt auch dem Ende der Sendung zu. Wir haben heute viel dazulernen können, unter anderem das Leben des Propheten Jesus. Friede sei mit ihm. Was er für eine Botschaft mit sich gebracht hat, welche Lehren er vermittelt hat und welche Ansicht der Islam bzw. die Ahmadiyya Muslim Jamaat zum Leben des Propheten Jesus Friede sei mit ihm hat. Nochmal zusammenfassend, die Ahmadiyya Muslim Jamaat glaubt fest daran, dass Jesus, Friede sei mit ihm, die Kreuzigung überlebt hat, ausgewandert ist, seine Mission als Prophet erfüllt hat und in Kaschmir verstorben ist bzw. begraben liegt. Darüber hinaus ist die Ahmadiyya Muslim Jamaat ebenso der Ansicht, dass der verheißene Messias, der von allen verschiedenen Religionen vorher prophezeit wurde, bereits erschienen ist und in der Gestalt von Hazret Mirza Rulam, Ahmad Gadiani, Friede sei mit ihm, erschienen ist. Ja, sehr geehrte Zuschauer, wir beenden jetzt die Sendung. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, uns über die sozialen Kanäle zu erreichen unter Instagram, Facebook und Twitter. Erreichen Sie uns unter den Namen Islam Verstehen. Gerne können Sie uns auch kontaktieren unter unserer E-Mail-Adresse fragen-at-islam-verstehen.tv Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. As-Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La ilahe illallah Muhammadu al-Rasulullah Muhammadu al-Rasulullah Amen.